Was war das eigentlich im Bus da oben? Hat dir nicht gefallen, dass ich so viel wusste? Ich kenne auch was, ich habe auch viele Sachen gekannt. Ja, aber dann wolltest du Action. Aber irgendwie, wir brauchen Action, wir brauchen Action. Du brauchst Action. Ich muss noch mal richtig, wo die Seele noch mal richtig hüpfen darf. Bist du eigentlich schon mal falsch im Bespruch? Nein. Ich schon. Und du hast schon mal so Paragliding gemacht? Nee. Ich schon. Entschuldigung, aber die Kamera, die ist extrem, die ist genau auf meine Nase gerichtet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das viel Rumensplaining war. Ich habe für mich sehr viel Rumensplaining. Okay. Okay, shit. Guck einmal runter, ne? Guck einmal runter. Halleluja. Heute windig. Ist auch sehr windig. Schon hoch, ne? Höhe geht. Ja, ich habe so ein bisschen ... Ich war noch nicht auf Toilette heute. Das ist gleich weg. Ah, Mist, Jungs! Nein! Halt mich jetzt! Hahaha! Warte, warte, warte! Nicht auf den Knopf drinnen! 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 Ah! Okay, Abbruch! Au! Oh Gott! Ich wollte es kurz präsentieren, aber natürlich jemand anderen vorlassen. Wirklich ist es ja für euch! Okay! Das ist euer Erlebnis! Euer Guide! Fahr wieder! So tief wie dort, kannst du in Berlin eigentlich nicht fallen. Wir sind ... Wir gehen bald ans Wasser. Nee, wir sind ja ... Wir sind schon relativ weit. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Vielen Dank.